So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, so. Framerik mäßig habe ich hier noch nicht viel verändert. Was soll's. So, wir hatten ja in der letzten Folge schön Sand abgebaut. Ich höre hier irgendwo eine Spinner. Beziehungsweise, was wollen wir denn jetzt machen? Ich finde zwar wasserschön, aber ich glaube, das machen wir hier weg. Sehr hilfreich war der Creeper dabei nicht. Fragezeichen. Alter. Hä? Was ist denn das jetzt? Geil. Das nenne ich jetzt mal kaputte Welt. Also. Richtig kaputte Welt. Jetzt. Ähm. Ja. Sehr schön. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man es sehen will. Ähm. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir jetzt unser Sand verschw- Äh, unser. Unsere. Äh. Güter an Erde verballern. Und zwar nehmen wir einfach mal zwei mit. Hier kommen was soll's. Ja, das wird auf jeden Fall immer unerfreulicher hier mit dem Nicht-Laden von irgendwelchen Sachen. Ich glaube, es steht uns wohl auch hier mal irgendwann wieder ein Neustart bevor. Wobei das wahrscheinlich auch nicht so viel bringen wird. Na komm. Und ich hab eigentlich in der Regel schon relativ viel ausgemacht. Das muss ich dazu sagen. Ähm. Hier ist eigentlich nichts mehr an, was es noch groß fressen könnte. Äh. Ich weiß nicht, warum der sich so festhängt. Ähm. Ja. Können wir ja mal kurz machen. Äh. Auf. Dann, äh. Ach, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von den tausend Einstellungen hier. Ich hab sogar schon die Sonne und den Mond rausgenommen, wie man gerade gesehen hat. Weil die Einstellungen sind für den Arsch. Und ändern tut sowieso nichts. Und zur Abwechslung hab ich jetzt auch mal, äh, 13 Framerates. Überraschenderweise. So, was wir hier mit der Landstelle machen. Ich überlege wirklich, ob wir uns nicht ein kleines Feld oder so aufbauen. Oh, wir brauchen tatsächlich noch mehr Erde auch. Hm. Das werden wir dann wohl mehr oder weniger machen. Na komm. Alles klar. Dann. Zack. So. Und das hier. Das ganze mal der Erde. Äh. Sand. Dann brauchen wir das nicht. Dann können wir hier auch einen Strich ziehen. Und das ganze beenden. Ist nur doof, dass das Wasser halt leidet. Wir haben viel zu wenig Erde. Viel zu wenig, viel zu wenig. Da haben wir noch ein bisschen. Ach guck mal, hier haben wir noch. Ich glaub trotzdem nicht, dass... Na gut reichen. Doch, könnte jetzt von der Menge her. Doch, könnte klappen. Ist das auch. Dann ist es hier auch nicht schlimm, wenn hier mal zwei Blöcke aufeinander fallen. Das war nicht schlimm, aber trotzdem nervig, wenn das passiert. So. Und dann eliminieren wir hier halt auch das letzte bisschen Wasser. Können wir ja später wieder hin machen, in einer anderen Form. Nämlich so wie wir das wollen und brauchen, vor allem. Und dann würde ich nämlich sagen, oder beschließen, dass wir uns irgendwas einfallen lassen. Vielleicht baue ich hier doch noch das eine oder andere an. Könnte vielleicht auch eine gute Alternative... Naja, warum eigentlich nicht? Man könnte ja... Haben wir Kürbisse? Oder Melonen oder sowas. Dann könnte man das so ausbauen. Naja, okay, müssen wir mal sehen. Ich behalte es mit meiner Hinterhand. Wir gucken jetzt mal, ob wir Kürbisse haben. Dann, äh... Können wir ja gucken. So, und zu diesem Zweck müssen wir natürlich erstmal wieder reingehen. Ähm, da. Okay. Oh man. Das kann aber von meinen Kopfhörern... So, ähm... Mal gucken. Wir haben natürlich kein Kürbis oder sonstiges. Jetzt überlege ich... Wollen wir mal einen Rundgang machen und danach suchen? Ähm, wir haben auch kein Brot mehr. Dann kümmern wir uns zuerst darum, dass wir ein bisschen Proviant haben. Und dann gehen wir mal auf Kürbissuche. Das finde ich doch ein bisschen... Gute Idee. Ach da. Oh, der sollte eigentlich nicht, aber... Na gut. Äh, ich hab da... Na gut. Es wäre viel besser, wenn hier alles schon gewachsen wäre. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch zu weit weg sind, wenn wir bei uns im Haus sind. Wahrscheinlich. Äh, das bringt mich zum Überlegen, ob wir nicht lieber doch an unserem Haus auch sowas aufbauen sollten. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Oh. Wo kommt die denn her? War die vorher schon mal da? Ich hab euch immer übersehen. Ist doch sicher irgendwo... Tatsächlich. Eine Kiste. Eisenhelm. Ähm... Okay, Setzlinge brauchen wir jetzt nicht wirklich und Sattel brauchen wir erst recht nicht. Ähm... Ja, schön. Danach hatte ich eigentlich schon mal gesucht, aber nichts gefunden. Deswegen dachte ich, gibt's hier sowas nicht. Schön, dass es anders ist. So. Und dann... Irgendwas wollte ich noch abernten, wa? Wobei, ist ja eigentlich egal. Pass auf. Dann machen wir das halt so, bevor wir... Köbisse sammeln, wollte ich grad sagen, hm... Wie machen wir denn das jetzt am besten? Ich wäre ja schon dafür, dass wir uns hier irgendwas anbauen. Pass auf, wir haben Holz genug. Wir gucken jetzt erstmal rum, was wir hier so haben. Ähm... Erstmal machen wir uns... Brot. So. Das packen wir da rein. Apfel da rein. Setzlinge da rein. So. Holz haben wir. Machen wir uns jetzt erstmal hier... Ah, pass auf, dann machen wir uns... Doch, werden wir wahrscheinlich so oder so brauchen. Quatsch. So. Doch. Wir brauchen ja erstmal... Diese. Dann diese. Wie war denn das? Ach, ich glaub ich hab's falsch gemacht, oder? Ähm... Ah. So war das. Okay. Dann machen wir das so. Ach, da komm. Die machen wir dann hier auch noch. Was soll's? Was soll's? So. Ich weiß gar nicht, wohin war. Ne, das normale Holz nehmen wir so dafür nicht. Wollen wir das auf einer Höhe machen oder auch abheben? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Gut. Ähm. Ja. Auf jeden Fall würde ich dann sagen... Bauen wir hier so was mit ran. Ups. Tiere lassen wir erstmal Tiere sein. Wir stellen jetzt erstmal nur sicher, dass hier nichts Unerwartetes oder Ungewolltes spawnen kann. Na komm. Es wird schon wieder Nacht. Für den Anfang reicht das ja hier auch von der Länge her. Ich bezweifle eh, dass wir genügend Zäune haben. Da haben wir angefangen. So. Doch, Zäune haben super ausgereicht. Den Rest machen wir dann später. So. Kloppen wir das hier noch ab. Dort wird dann... Ich hab gar nicht nachgezählt. Machen wir von drin. So. Also. Da ist jetzt... Ja, da ist der Zorn. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also vier mal vier. Und vier mal vier. Und vier mal vier. Naja, hat auf jeden Fall schon mal Vorteil. Ich weiß bloß nicht, was hier so schwarz... Was so schwarz ist, was hier ab und zu so aufploppt. Na, sehen wir es vielleicht nochmal. Ne. Nicht, wenn wir hingucken. Okay. Dann, keine Ahnung. Wir bereiten uns jetzt mal vor. Äh. Achso, dann können wir gleich aufziehen. Stimmt, das brauchen wir, das brauchen wir. Ja. Mein Gott. So. Machen wir halt zwei Stück von. So. Schaufeln haben wir noch ein bisschen. Dann machen wir auch gleich mal... Ups. Zwei. Okay. Brauchen wir noch was? Nö, erstmal nicht. So, den können wir gleich mal anziehen hier. Ach ne, wir haben ja noch. So, das rückt das da hin. Gut. Machen wir hier unsere... Oder warte mal. Machen wir hier so einen... Unsteiligen Doppeldurchgang. Dann haben wir sicher noch ne Tür gehabt. Machen wir das da rüber. So. Dann ist erstmal aus, die Maus. Würde ich jetzt mal meinen. Also dort scheint er uns erstmal nicht zu spawnen. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. So, die Tür können wir wieder zurückpacken. Nehmen wir das Messer da rein. Wasser müssen wir später holen. Das können wir erstmal da reinpacken. So, ja. Na gut. Dann, äh... So, ne? Und dann würde ich auch gleich mal sagen... Beenden wir diese Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ciao.